Will Smith denkt Überscheidung nach, fühle mich gedemütigt und betrogen Los Angeles, ihre Beziehung stand bereits auf wackeligen Beinen Jetzt könnten sich Will Smith, 55, und Jada Pinkett Smith, 52, bald endgültig voneinander trennen Wie Daily Star unter Bezugnahme auf anonyme Quellen berichtet, soll sich der I Am Legend Schauspieler von seiner Ehefrau gedemütigt und betrogen fühlen Der Grund, Jadas öffentliche Enthüllungen über ihre heimliche Trennung Schon seit sieben Jahren leben Jada und Will nicht mehr zusammen, führen quasi eine On-Off-Beziehung Ursprünglich hieß es, die beiden würden an einer Versöhnung arbeiten doch nun fühlt sich Will offenbar von den Enthüllungen seiner Ehefrau überrumpelt und sogar entmannt Er weiß, dass er strategisch vorgehen muss, denn es steht ein gemeinsames Vermögen von 400 Millionen Dollar auf dem Spiel Aber er ist verletzt und wütend und das Geld ist der letzte Strohhalm, so die anonyme Quelle Will wolle sich nun baldmöglich scheiden lassen und die Scharade beenden In Zukunft wolle er laut des Insiders eine echte Beziehung führen Will habe angeblich nichts von Jadas Vorhaben, ihre Trennung öffentlich zu machen, gewusst Dementsprechend wütend sei er jetzt Jada wiederum hatte gegenüber Medien offenbart, wie schockiert sie damals bei der Ohrfeige während der Oscar-Verleihung gewesen sei Dass Smith sie vor dem gesamten Publikum noch als seine Ehefrau bezeichnet hatte Saja spendest und welche Also finden wir hier auch einige Figur L academic Dec Florida Fertee klein Monet Peine Peine bin ich Vielen Dank.